Habe die Ehre! Meine Lieben, wir haben die nächste Folge in der Blueprint Masterclass. Heute mit dem Thema schwermodulare Rahmen. Eins pro Minute, nicht zehn, eins pro Minute. Da kommt schon genug raus bei. Worum geht es in dieser Serie? In dieser Serie soll es darum gehen, dass du eine Anleitung bekommst, wie du zehn oder ein Teil pro Minute von mindestens zwei Ingredients, gebrauchten Werkgegenstände in Satisfactory, dir einen Start zauberst. Soll auch dazu dienen, dass, wenn du Probleme hast, deine Fabrik größer zu machen, dass du das ganz einfach hochskalieren kannst. Sagst du jetzt, ich brauche jetzt nicht zehn, ich brauche jetzt 20, ich brauche 100. 100 Zeile Minute von dem und dem. Oder ich brauche jetzt 1, 2, 3, 10 davon. Klatsch das zehnmal hin, baust du hin. Und das Beste, es gibt auch noch Blueprints. Und am Schluss gibt es dann nämlich noch was ganz Besonderes. Wir brauchen nämlich auch noch Alternativrezepte. Aber wie du an die rankommst, das sage ich dir dann am Schluss. Und jetzt schauen wir uns erst einmal kurz das Rezept und die Zahlen ein bisschen an. So, von den Zahlen her jetzt eigentlich kein ganz großes Hexenwerk. Auch so von den Eingangszahlen. Hier haben wir 66,33. Ich würde das aber jetzt an deiner Stelle mit 67 rechnen. Beziehungsweise ich habe es natürlich in den Blueprint dann auch mit 67 reingeschrieben. Hier mit dem Eisen. Selbstverständlich genau dasselbe. 82 Eisen pro Minute. Sag jetzt mal, das ist überhaupt gar kein Problem. Genauso wenig wie die 72 Kalkerz, die du da brauchst. Oder nee, Kalkstein, Entschuldigung. Kalkstein brauchst du hier. Wir haben ungefähr 74 Megafast, die du hier brauchst. Ich würde allerdings ein bisschen mehr rechnen. Rechne mal lieber mit so 80 ungefähr. Bloß, dass du da so eine Ahnung hast. Und wir brauchen fünf Alternativrezepte. Da werden wir dann nachher gleich nochmal in 1 und darauf eingehen. Und wie ich dir schon versprochen habe, Am Schluss gibt es dann die Aufklärung, wie du da ganz einfach zu den Rezepten dazu hinkommst. Wie gesagt, dieses Rezept ist nachher dann auch in dem Blueprint mit drinnen als Text. Den musst du einfach nur rauskopieren und dann hier einfügen in den Browser. Und schon kannst du hier selber dann nach deinen Wünschen rumfuschen, wie du möchtest. Du kannst dann hier jetzt zum Beispiel dann die 10 eintippen. Sehst du, brauchst du mehr. Es können allerdings auch natürlich auch andere Alternativrezepte, zum Beispiel jetzt für den Stahlbarn. Dann darfst du natürlich auch das Stahlkoksrezept hernehmen. Wenn dir das geläufig ist, da brauchst du dann deine Kohle nicht reinmachen. Aber das bleibt dann dir überlassen, wie du das gerne machen möchtest. Wir schauen uns jetzt mal das Ganze nochmal kurz von oben an und springen dann gleich zu den schweren, modularen Rahmen rüber. So, das Gelände ist ja doch relativ groß. Wir haben noch so einige Rezepte vor uns. Auch jetzt in nächster Zeit werden dann ein paar weniger Rezepte zur Auswahl kommen, weil auf dem Weg hin zum Motor müssen wir natürlich noch zwei andere Sachen machen. Bloß das jetzt mal so am Rande. Aber ich lasse euch natürlich so lange wie möglich noch die Wahl beim Abstimmen. Deshalb auch unbedingt unten reinschauen. Da habe ich in die Beschreibung die nächste Umfrage reingemacht. Da natürlich auch wieder kräftig mit Abstimmen. Und gerade mal nebenbei, danke für das Abstimmen. Der Sight ist da echt wahnsinnig brutal am Abstimmen. Gerne weiterzumachen. Ich freue mich natürlich über jede Stimme, die abgegeben worden ist. So, jetzt schauen wir uns mal den Aufbau mal im Ganzen an, wie das ausschaut für den modularen Rahmen. Für die schweren modularen Rahmen eigentlich kein wirklich großer Aufbau. Das ist wirklich erstaunlich, was mit den Alternativrezepten hingeht. Wir gucken uns das jetzt vom letzten bis zum ersten die Maschinen einmal durch. Und es wird eine übertaktete Maschine dabei sein. Und zwar haben wir jetzt hier das schwere modulare Rahmenrezept mit dem schweren ummantelter Rahmen. Das Alternativrezept, wo du halt Stahlrohr hernimmst. Das ist richtig geil. Dann brauchst du natürlich unbedingt das Stahlrahmenrezept, weil wir ja auch hier wieder Stahl haben. Den Stahl werden wir des Öfteren benutzen. Und hier haben wir natürlich die genietete Eisenplatte. Aus den anderen Videos davor ist ja schon ein bisschen herausgegangen, die verstärkten Eisenplatten. Dieses Rezept ist OP. Wir brauchen dann aber auch natürlich noch den Eisendraht. Ganz wichtig. Und dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Da brauchen wir jetzt dann nur noch den Stahlbetonrohr. Auch wieder eins mit Stahlrohr. Ziemlich gut dieses Rezept. Würde ich jedem empfehlen, das hier zu verwenden. Und jetzt gucken wir uns dann wieder von Reihe 1 bis hinten an, wie die Maschinen eingestellt werden müssen. So, wir fangen ganz simpel an bei den Gießereien. Dann diese musst du auf 33,17 einstellen, beziehungsweise natürlich auch ein zweites Mal, damit wir auf die Zahlen kommen. Wie gesagt, da natürlich ein bisschen hochrunden. Kohle und Eisen, das macht das Ganze überhaupt nichts aus. Je nachdem, wie du natürlich mit den Übertakten zurechtkommst, beziehungsweise mit dem Vergrößern hier hinten, kannst du natürlich hier vorne auch schon noch vergrößern. Anfangen, das bleibt dir dann überlassen. Dann in dem einzigen Schmelzi, den wir haben, den musst du auf 15,47 einstellen die Minute. Wir haben hier am Anfang zweimal ein MK2-Band, wenn du das hier direkt aufschlüsseln willst. Du brauchst das wegen dem Eingang, weil wir sind ja über 88, also über 60 Eisen, beziehungsweise über 60 Kohle die Minute. Da muss natürlich ein MK2-Band hin. Hier hinten werde ich es auch nochmal gleich darauf hinweisen. Wir gehen jetzt weiter hier in der Reihe. Wir brauchen hier selbstverständlich für den Kalk brauchen wir auch ein MK2, weil das auch über 70 hat. Hier natürlich bitte einstellen auf 12 und hier drüben auch auf 12. Ich habe das Ganze hier hinten ein bisschen anders gelöst, weil wir ja hier 16,65 Beton pro Minute haben. Es kommt gleich nochmal ein Tipp dazu, wie es sich dann hier weitermacht. Und zwar habe ich jetzt hier an dem Äußeren, habe ich nochmal einen Split dahin gemacht. Hier einen Fusionator, weil wir haben ja jetzt hier viel zu wenig auf diesen einen. Du hättest, oder man könnte natürlich den hier jetzt ein bisschen stärker einstellen, aber 16, wirst du sehen, da geht nichts. Dann müssten wir ja höchstens wieder übertakten, heißt also hier den auch wieder auf 12 einstellen. Genau. Und hier kommt dann jetzt die Hälfte hier rüber. Also von den 12 kommen 6 rüber. 12 und 6, so ein bisschen mehr hier drüben. Sprich, da hinten wird es ein bisschen fehlen am Anfang. Hier meine große Empfehlung dafür, pack dir am besten gleich hier in diesen Fabrikator gleich ein 500er Stack Beton rein. Dann hat sich das gleich erledigt hier mitten rumfahren. Du kannst selbstverständlich dann in die beiden Konstruktoren natürlich auch schon ein paar andere Betonsäckelchen reinmachen. Dann geht das ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, es dauert halt nur ein bisschen länger, wenn du jetzt hier nichts reinführst. So, jetzt geht es hier weiter mit dem übertakteten ersten Stahlrohr. Das musst du auf 23,3 einstellen. Hier kannst du alternativ natürlich nochmal eine zweite Maschine hinstellen, die sich dann nur um diese 23,33 kümmert. Die gehen dann natürlich hier auf das Stahlbetonrohr. Hier haben wir den nächsten. Der geht dann mit 12 ins Rennen. Der geht dann direkt auf den schweren modularen Rahmen. Der geht ganz einfach geradeaus durch. Hier nicht vergessen, ganz wichtig, hier drin, da muss ein MK2-Band rein, weil man jetzt ja hier 33, ist über 60, muss da ein MK2-Band hin, sonst staut es sich. Hier haben wir das letzte Stahlrohr. Das musst du auf 8,9 einstellen. Und geht direkt auf den Stahlrahmen. Einfach nur angeschlossen, MK1-Band. Und hier, wie gesagt, ich würde hier auch, wenn du natürlich so ein paar Stahlbahnen rumliegen hast, stopf die in die Maschinen hier rein. Beziehungsweise stopf die hier hinten rein, damit sich das gleichmäßig verteilt und sich der Überschuss dann hier mit den Sachen dann regelt. Kleiner Tipp am Rande. Jetzt kommen wir zu dem üblichen alten Rezept mit den genieteten Eisenplatten, die dann hier zusammenlaufen. Hier musst du einstellen, 11,85 für den Draht, für den Eisendraht und hier Eisenplatten 5,93 bitte. Das geht dann hier weiter. Wir machen es jetzt andersrum. Hier geht es jetzt mit den genieteten Eisenplatten weiter, mit 1,78. Die lässt du dann hier wieder zurücklaufen. Die gehen dann auf den Rahmen und daraus 2,67 Rahmen bitte einmal machen mit dem Alternativrezept. Und hier hinten haben wir dann den Stahlbetonträger mit 3,33, 33, wir hatten die Zahl vorhin schon einmal. Die gehen dann auch direkt hier zur Manufaktur. Dort bitte mit dem Alternativrezept einfach nur eins einstellen. Mit den 33, es kommt vielleicht, glaube ich, schon ein bisschen rüber, woher diese Zahl, wo diese Zahl herweht, weil hier 33, 33. Man weiß es jetzt und ja, und dann kommen die schweren Rahmen bei raus und schon ist die Geschichte fertig. Wir gucken uns jetzt dann gleich nochmal den Blueprint einmal kurz in der Nähe. Der Blueprint im Endeffekt genau eins zu eins auch hier hingebaut. Wie gesagt, bitte nicht vergessen, hier einen Power-Shirt einlegen, sehr wichtig. Oder verändere das Ganze, damit du zwei Konstrukte hinbaust und wegen den Stahlröhrchen. So, wir gucken uns jetzt kurz das Rezept nochmal an. Hier kurz nochmal meinen Hinweis, gerne auf Twitch vorbeikommen, Dankeschön. Hier mit einer Minute pro eine Minute schwerer Rahmen eingestellt, soll daher helfen, wenn du N drückst und deine Rezepte suchst. Und jetzt zum Beispiel 10 die Minute, hast du schon alle Rezepte mit 10 die Minute. Du willst jetzt alle mit einer Minute nur noch eins machen, ohne Leerzeichen dazwischen und schon hast du deine ganzen Rezepte zusammengesucht. Ganz einfach. Hier habe ich es, wie ich es schon eingangs gesagt habe, ich habe die Zahlen hier einfach aufgerundet. Mit 67 Kohle, 82 Eisen und 72 Kalk. Wenn dazu jetzt noch Unklarheiten sind, hier ist dann quasi der Link zum Satisfactory Tools, zu den Alternativrezepten, so wie wir es uns am Anfang angeguckt haben. Und hier einmal kurz die Sachen, die du dafür brauchst. Es geht eigentlich, man könnte natürlich auch hier mit den Strommasten vielleicht ein bisschen sparen. Ich persönlich mache aber das trotzdem lieber mit einem MK1 Strommasten. Jede Maschine ein Strommasten, ganz einfach fertig machen. So, aber wo kriegen wir nun dieses Alternativ oder diese ganzen 5 Alternativrezepte her? So, aber wo, woher kriegen wir nun diese ganzen Alternativrezepte? Wenn du diese Serie schon weiterverfolgst, weißt du ja natürlich, was jetzt gleich kommt. Wenn du es aber nicht weißt, unbedingt angucken jetzt. Weil, wie du jetzt hier in diesen Videos siehst, dieses Alternativrezept ist in dieser Welt, was du jetzt gerade siehst, nicht vorhanden. Der Blueprint wurde gesetzt und es ist dieser Draht, dieses Rezept ist plötzlich da. Wahnsinn, oder? Das klappt im Übrigen mit allen Blueprints, auch von dir selber persönlich erstellt. Und das ist jetzt nicht mein besonderer Blueprint, der das kann, sondern das können alle Blueprints. Wenn du in einem anderen Level diesen Blueprint gespeichert hast, mit dem Alternativrezept und natürlich mit den Taktungen und so weiter, dann ist der auch in dem neuen Spiel mit drin. Du kannst im Endeffekt aber auch damit sogar Gegenstände freischalten, also die jetzt zum Beispiel hinter, sagen wir jetzt mal, hinter Coupons versteckt sind im Awesome Shop, Tafeln zum Beispiel, könntest du diese auch schon bauen. Allerdings, du brauchst halt dann die Green Dits dazu, also die Sachen, die benötigt werden für den Bau. Aber du musst selber nicht über dieses Wissen verfügen, dass du dies schon freigeschalten hast. Hier in diesem Fall ist es natürlich extrem praktisch für dich, weil du kannst dann einfach diesen Blueprint, auch wenn du die Rezepte nicht hast, kannst du die ganz super easy einfach verwenden. Damit wären wir wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und nie vergessen, unten bei der Umfrage wir natürlich teilnehmen, gerne euren Kommentar dalassen, wie euch die Serie bis jetzt gefallen hat, was ihr euch dann natürlich ganz dringend als nächstes wünschen wollt, vor allem auch an besonderen Teilen, weil jetzt wird es langsam ein bisschen kritischer mit den Sachen. Wir kommen langsam in die Phase 4 Lift Teile hinein, also sprich die etwas komplizierteren Geschichten. Ich mache mir selber auch noch ein bisschen den Kopf drüber, wie ich das am besten für euch rüberbringe, so dass wir einfach nur einen Bild von vorher einfach nur kopieren müssen, den dann in ein Setup einfügen und fertig ist die Sache. Weil da kommt demnächst noch ein anderes, zum Beispiel die Computer, da habe ich auch was vorbereitet. Da gibt es tolle Überschneidungen mit bisher bestehenden Prints. Bleibt gespannt, nicht vergessen und unten drücken, weißt du Bescheid. Ich freue mich auf dich auch in der nächsten Folge. Ich bin der Chaos, da bin dein, bleibst effektiv und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.